hallo leute und willkommen zurück zu einem neuen part von minecraft sky factory 2 so wir machen natürlich erstmal da weiter wo wir letzten part aufgehört haben beziehungsweise ich möchte gerade noch ein zwei dinge machen und zwar carpenter blocks und zwar diese hier da möchte ich darauf hinaus das geht das geht das kriegen wir hin da wir hier noch um toll dann machen wir ebenso alles klar ein stack davon dann brauchen wir ein paar davon so ja alles klar 24 reichen für den anfang dann brauchen wir noch einen karpenters hammer drei eisen und alles klar so das brauchen wir dann irgendwas mit für cooles aussehen holen wir uns mal hier kabel so ein grad mit schüssel so was nehmen dafür ja komm mal so weil ich möchte nicht dass die tiere uns jetzt überall rumlaufen ich habe gar keinen da karpenters gate dafür haben wir zu wenig sticks so jetzt aber so 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 Bumm, alles klar. Genau das meine ich hier nämlich, geh weg. So mittig war das hier, das heißt ich bräuchte eigentlich noch ein drittes Tor, aber so ist jetzt auch erst mal gut genug und du, mach was du willst. So, auf jeden Fall kommen jetzt keine weiteren Tiere hier drauf, aber das ganze... So. Äh, sieht scheiße aus, ich weiß. Was hast du vor? Gut, alles klar. So, das brauchen wir gerade nicht im Inventar jetzt zu sehen. So. Weiter geht's. Wir brauchen natürlich noch einiges mehr an Erde. Ähm, ich drück mal gerade F7, ich hab's nämlich geahnt. Ey, wer hat euch erlaubt hier mein Gras zu fressen? Ich hab euch nicht mal geschert. Also, lasst das. Lass das, ich hasse das. So, wenn wir achtmal abernten, haben wir ein neuntes Mal gratis sozusagen. Hilfe. Tschuldigung, ich muss mich grad strecken. So, kommt schon. Zwei Stück noch. Ey, fängst du schon wieder an, mein Gras hier wegzufressen? Da ist noch eins. Du. Dum, dum, dum. So, aber. Ich weiß grad nicht, wie ich mich hinsetzen soll. Ah, alles so unbequem grad irgendwie. So. Naja. Wirklich bequem ist es immer noch nicht. Hm. Vielen Dank. Ey, da frisst der schon wieder unser Gras. Ich glaub, dem hakt es. Blödes Schorf. So, dum dum dum. So, dum dum dum. So, dum dum dum. Ja, jetzt haben wir gleich dreimal schon abgeerntet. So, da zwei. Zwei Stück noch. Los, eins. Du da. Du da. Du bist gemeint da hinten. Komm. Aha. Braves Ding. So, die mal eben pflanzen und dann können wir... Moment, komm ich auch so da dran? Ha, cool. So, dann können wir nämlich hier direkt schon mal Erde planten weiter. Oh, ich glaub ich sollte überall Zaun hin machen, sonst segel ich hier bald wieder runter. So, hier machen wir eine Farkel hin, dann können wir nämlich die hier weg machen. Und dann natürlich gießen, so, dass auch hier wieder Gras wächst. Ja, ich wette, demnächst haben wir eh kein Problem mehr mit Schafen, weil dann hier irgendwelche Wölfe rumrennen. Sehe ich jetzt schon kommen. Na, springst du auch da rüber? Wahrscheinlich eher nicht, ne? So. Damit haben wir doch schon mal ein bisschen was. An Erde geschafft. Geschaffen. So. Aber leider immer noch nicht genug. Bei Weitem nicht. So. Wird schon wieder Nacht. Es ist night time. Ah, komm, zwei Stück noch. Ah. So. Ah, wie war das mühsam ernährt sich das Eichhörnchen oder irgendwie so, ne? Äh. Hmm. Mm-mm-mm-mm. Das war's. Drei Stück noch, noch zwei, einer. Perfekt. So, dann wollen wir die doch auch mal direkt produzieren und platzieren. Ist nirgends so ein Kreuz aufgetaucht? Ne, alles klar. So. Na komm. So, alles klar. So, für diesen Part wollen wir dann auch hier das jetzt erstmal für okay bezeichnen. Du gehst weg jetzt. Ich will dich doch nicht hier haben. So, jetzt machen wir uns mal eben eine Carpenter Store. Okay, das klappt noch. Ähm. Nee. Guck mal hier. Okay, Moment. Ich will keine Steinoptik hier drin mittendrin haben. Ähm. Also. Machen wir hier mal. Nehmen wir die. Jawohl. Okay. Das geht. Wollen wir hier nochmal gucken. Hier ist nix interessantes dazu gekommen. So, mal kurz die Map gucken. Sieht aus wie ein Luftballon. Oh, wie süß. Hehehe. So. Na, wie sieht's aus mit Ressourcen? Jawohl. Ah, langsam gefällt mir das Ganze doch. Das heißt, wir können im nächsten Part gucken, dass wir noch ein bisschen hier vorne mal weiter machen, anstatt da hinten zur Abwechslung hin. Und ums mal hier ein bisschen mit drum kümmern. Sprich, hier die. Entweder ab, ja gut, erstmal für weitere Energie sorgen. Okay, Lava scheint langsam aber sicher runter zu gehen. Obwohl wir hier eine ganze Menge Lava-Pötter eigentlich haben. Ja, hier ist auch nirgends wo Lava großartig drin. Alles klar. Okay. Ja gut, gucken wir beim nächsten Part, wie wir das hier anstellen. Eventuell die Dinger hier, die Generatoren gegen Dynamos austauschen. und die schon mal mit Fuel Efficiency oder so versuchen, ein bisschen abzugraden. Sagen wir es mal so. Ja, und in dem Sinne, ihr Lieben, hoffe ich, dass der heutige Part euch trotzdem gefallen hat. Auch wenn wir da hinten nur Gras gepflanzt haben. Und in dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.